Also zunächst einmal haben wir festgestellt, dass das Thema der kritischen Infrastruktur zu wenig ganzheitlich betrachtet wird. Wir haben gesagt, wir wollen die IT-Sicherheit und die physische Sicherheit im physischen Schutz zueinander bringen und haben dafür die Protect vor drei Jahren geschaffen und wir merken, dass die Resonanz sehr sehr gut ist, dass sehr viel Bedarf ist, um das wirklich komplexe Thema des Schutzes kritischer Infrastrukturen auch in der gebotenen Tiefe und eben Komplexität ausloten zu können. Wir wollen im Freistaat Sachsen ein neues IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg bringen. Wir wollen hier Standards setzen, wir wollen Berichtspflichten einführen, denn die IT-Sicherheit ist ein Thema, das alle angeht, nicht nur die Verwaltung, sondern alle Bürgerinnen und Bürger und alle Unternehmen im Freistaat Sachsen. Eine derartige Plattform wie die Protect ist natürlich auch immer eine wunderbare Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen, aber auch natürlich vorhandene Kontakte weiter zu knüpfen, zu vertiefen und auch als Ideenaustausch und Meinungsaustauschbörse zu fungieren. Wir haben jetzt gemeinsam mit dem ASW-Bundesverband einen Auskunftsservice ins Leben gerufen, wo wir regelmäßig prüfen, welche Domains betroffen sind, sodass mit dieser summarischen Information die Unternehmen die Möglichkeit haben, Mitarbeiter allgemein zu sensibilisieren im Kontext Umgang mit Passworten, Verwendung der Business-E-Mail und der allgemeinen Frage, wie offen bin ich im digitalen Raum. Wir haben versucht das Thema Sicherheit umfassend zu betrachten und mein Schritt geht eben weiter um zu sagen, was machen wir, wenn die Sicherheit nicht mehr greift an die Lösungen, die wir haben, die zwar das Problem hinausschieben, aber wenn es dann doch nicht mehr reicht, wie können wir dann damit umgehen und daher auch in diesem Bereich Bewusstsein zu schaffen, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Der Austausch von Informationen, von Best Practices, wie man das Thema oder verschiedene Themenbereiche vielleicht auch gemeinsam angehen möchte, nicht die gleichen Fehler zu machen, ja also voneinander zu lernen, also auch heute sehr, sehr fruchtbare Gespräche gehabt in den Pausen, also zwischen den Fachvorträgen. Dialog ist ein sehr wichtiger Punkt, man lernt von den anderen, gerade hier auf der Protect, im kritischen Umfeld, im Kritis-Umfeld, lernen wir natürlich auch, was sind die Herausforderungen der verschiedenen Anbieter, wie gehen die Branchen mit ihren verschiedenen Standards um. Ich habe heute auch einen Kurzvertrag zum Stand der Technik gemacht, also welche Überlegungen sind da, war eine sehr interessante Diskussion, auf der ich auch sehr viel mitgenommen habe. Also ich finde es insofern ganz spannend und das zeigen ja andere Fachmessen, auch, die nicht klassisch auf Informationssicherheit ausgerichtet sind, eben die Fokussierung, also die Fokussierung auf die kritischen Infrastrukturen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich die Leute, die in dem Umfeld arbeiten, sicherer austauschen können und das passiert hier, also hier passiert ein sehr, sehr großer Austausch von Betreibern kritischer Infrastruktur, jeglicher Couleur und auch jeglichen Rastes, miteinander auch sehr, sehr offener Umgang, das finde ich tatsächlich ganz spannend und das braucht es auch. Die Kongresshalle Leipzig ist eine wunderschöne Location. Leipzig selbst, ja, man muss es einfach mal gesehen haben. Auch das Abend-Event im Gondwanerland muss man erlebt haben. Es war wunderschön. Ein Highlight war die sogenannte Pitching Corner. Hier haben die Fachaussteller innerhalb von drei Minuten Zeit ihre Dienstleistungen vorzustellen, ihre Produkte vorzustellen. Das ist eine sehr große Herausforderung, innerhalb von drei Minuten die USPs darzustellen. Qualitativ wirklich sehr, sehr hochkarätige Vorträge erlebt, gute Gespräche in der Ausstellung, so wie ich das mitgenommen habe, zufriedene Teilnehmer. Und auf der Basis werden wir dann am 12. und 13. November nächsten Jahres wieder hier in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig die nächste, die vierte PROTECT dann durchführen. Wichtig für interessierte Teilnehmer, eigentlich ab sofort, gibt es in unserem Online-Ticketshop auch schon ein Early-Bird-Ticket mit entsprechendem Preisabschlag. Und dann wird in der weiteren Entwicklung des Veranstaltungsprogramms, das natürlich veröffentlicht werden, immer auf PROTECT.de hier informiert bleiben, würde ich dort empfehlen. Und unser Ziel ist es, für das nächste Mal natürlich noch mehr inhaltliche, tiefer aktuelle Themen mit aufzugreifen. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Ich denke, das wird wieder ein sehr rundes Paket werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.